So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier mit dem, hey, hey, ähm, dem, sag schon, jetzt muss ich mir sagen, dem Sturmsoldaten, ne, so, jetzt haben wir's. So, ich kann nicht ordentlich fahren, weil das ich jetzt denken, der oben drauf sitzt. Wir fahren jetzt auf zu Zehr. Da steht auch schon die ganze Front von uns. Shit, shit, shit. Nein. Die kam jetzt scheiße, die Granate hier angeflogen, das war nicht so gerade das, was ich wollte. Ähm, komm schon, wieder spawnen, auf zu Zehr, jetzt sind wir ja näher an, oder ne, wir sind ja bei A gespawnt. Gut, machen wir jetzt zu Zehr. Lauf, 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 lauf. Also hier ist es ja so durch diese verzweigten Wege hier, also zwar verzweigt, es ist so durch dieses dschungelartige. Geh. Das war jetzt schlecht gewesen. Oh, von wo kamen die jetzt von hinten bestimmt? Ja. Der Black Diff schleicht sich hinten rum und holt sich mit seiner AEK einzelne Opfer und schießt sie dann gnadenlos. So, das ist ein Sniper, der hat hier leichtes Spiel, aber ich nicht. Deswegen einfach mal rein in den Gang, es ist ekelhaft. So, Hochzug B. Das sieht ja schon mal sehr schön aus hier oben. Da war der erste Gegner. Jetzt kann ich nur hier drüben hoch. Oh, scheiße. Oh, shit. Ah, da ist er schon weg. Ich kann mich ja ganz camperisch, wie ich bin. Okay, da kam jetzt woher? Von hinten? Gut. War es ihm einfach gewesen? It's Chucky. Oh, sorry, Mikro. Ähm, It's Chucky. Hat er sich anscheinend hier dem DJ-Namen was entnommen? Der DJ Chucky? Shit, nein. Nein. Wo? Ich bin hier nur rumgelaufen. Da drüben. Der Judi 10. Der Judi 110 Punkte, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, kurze Unterbrechung und ich bin gereckt. Musste ja sein. Man kann ja nicht ins Spiel wieder eintreten, wenn man gerade eben hier mal kurz begrüßt wurde. Und dann gleich wieder regnen. Das muss ja so sein. Ähm. Jo, wo machen wir denn jetzt eigentlich hin? Zu B, denke ich mal. Aber das wird sowieso wieder ein Massaker. 110 Punkte, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Muss ich aber, glaube ich. Der Typ kann nicht wahr. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Wo willst du denn hin? Dazu wolltest du zu B bestimmt, oder? Ich will jetzt nämlich zu B. Hier stehen schöne viele Fahrzeuge. Wir fahren jetzt auf zu D. Mist, Mist, Mist. Den hat er sich geholt mit seiner 93R. Ist ja schon eine schöne Waffe. Eine Pistole, eine automatische Pistole, eine vollautomatische. Ist ja fast schon genau das gleiche wie eine VSS Winterrest oder wie die VSS Winterrest. Die ja auch, wie manche Battlefield-Spiele vielleicht wissen, eine schöne Waffe ist. Die Sniper sehr gern nutzen, wenn sie Level 30 erreicht haben oder sich die Waffe schon vorher kaufen. Weil diese Waffe, scheiße, el-sat. Weil diese Waffe einfach nur mal übelsten Damage einer Sniper auf langer Distanz macht und dazu noch automatisch ist. Vollautomatisch. So, wieder kurze Unterbrechung gehabt hier. Das ist ja aber heute ein Massaker hier, auch bei mir zu Hause. Nicht mal ein hoher Let's Playen kann man hier. Ähm, ja, wir werden das sowieso verkacken hier. Aber gut. Da ist der Jodier. Der Jodier. Da ist einer. Shit. Da ist gerade einer gewesen. Der ist tot. Nein! Da war noch einer. Da hat sich wirklich noch einer rumgetrieben hier. Ich habe den einen schon verfolgt und der war tot gewesen. Der lag um die Ecke. Und der andere. Ach, da hat sich noch ein anderer angeschliffen. Und hier. Um sich hier den Punkt zu holen. Aber, wir sind diesmal, ähm, nicht dran zu verlieren, sondern wir haben ein knappes Unentschieden. Mit genau elf Punkten liegen wir auseinander. Shit, shit. Schön. Das waren jetzt drei Sniper Schüsse. Ich spackele im Baum rum. Hallo? Ja, schön. Dass ich auch mal wieder raus kann hier. Ähm, jetzt müssen wir ja, ach du Scheiße, jetzt müssen wir sogar um A kämpfen hier noch. Haben die uns schon weit zurückgetrieben. Jetzt legen sie natürlich vor, jetzt preschen sie vor. Da. Dass die Waffe aber auch immer so scheiße trifft, Alter. Da habe ich jetzt spät anvisiert und dann schießt die so hoch. Ich glaube, da muss ich dann nachher noch eins zocken. Damit ich das alles wieder gut machen kann. Ach, da oben wollte ich hin. F4. Einfach da hinfeuern, wo man die Narben sieht, bringt anscheinend nichts. So, jetzt müssen wir uns mal meine Muni aufladen, ja. Derweile täte ich mich mal meiner Pistol bedienen. Aber gut. Ich würde auch mal die Pistol jetzt testen. Okay, bringt glaube ich nicht so viel. Irgendwo müssen sie ja rumsteigen, ne. Da unten ist einer. Das ist ganz, ganz scheiße. Ganz, ganz. Und da wurde ich gesniped. Super. Komm schon, da muss doch noch was drin sein für uns hier. Hier oben nochmal aufs Dach steigen. Da hinten sind, sind da hinten noch welche oder nicht. Ich fahre jetzt mal hier hin, an die Kante, um dann mal zu schauen. Jo, da bin ich wieder, wieder eine Unterbrechung hier. Nein. Ich will doch verdammt nochmal nicht mitfahren. Und jetzt wieder in die Menge feiern hier. Mal schauen, ob man was... Nein, verdammt, Alter. Nee, jetzt will ich nicht mitfahren, aber... Toi, sie fahren über... Ihr fahrt immer sonst wohin. Bleibt dann wieder stehen. Alter, ey, hast du nicht gelernt? Verkehrsregeln rechts vor links in Deutschland. Gut, dann fahren wir jetzt eben mal irgendwo hin. Bringen wir uns nicht guten Leid. Mal hier zu B hin. Jetzt wollen sie sich hier... anscheinend... Shit. Ah, da war er wieder. Gut, diese Runde war jetzt richtig schlecht gewesen, muss ich zugeben. Lachen kann ich da eigentlich nur selber drüber. Gut, ähm... Dann spielen wir einfach gleich noch eine Runde hier. Mit den kranken Sturmsoldaten. Los. Laden, laden, laden. Wir haben eine Niederlage gemacht, aber... Ähm... Im nächsten... Matafucking... Oh, lustiger Name. Ähm... Lauf, 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 lauf. Rastet, 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 rastet. Nein, nein, nein. Nein, ihr Wichser. Nein. Da wollte ich jetzt auch noch aufspringen. Aber hier muss man halt... Aha. Selber laufen. Und da sitzt da ernsthaft hinten noch einer drin, der dann rumschießt. So, erst mal ordentliches Früh... Ordentliches hier Training. Äh, erst mal gerannt wie die Schweine. Oh, da war er schon noch mit seiner M9. Der Camper 99. Ah, da hab ich jetzt... Ich hab meine Muni komplett verballert gehabt, oder fast komplett, und dann hatte ich nur noch wenig für den Typen übrig. Und... Ja, shit. Jetzt haben die sich natürlich die drei Punkte am Anfang geholt hier. Ich versuche mal, ob ich irgendwas damit erziehen kann. Oder einfach nur, ja, treffen kann. Da hoch. Und dann noch mal da hoch. Und dann noch mal da hoch. Ich wollte jetzt drauf warten, bis das nächste Auto kommt. Na gut, das wird ein bisschen da. So, wo ist denn hier der nächste? Oh, das ist ein Sniper. Ich glaube, wir direkt ins Feinfeuer. Schön. Den hätte ich jetzt aber machen müssen. Nicht so viel Muni dafür verballern. Gut, das war jetzt anscheinend mein sicherer Tod gewesen, hier stehen zu bleiben. Der Eyalise... Eyalse... Eyalse... Oder Eyal... Eyalse... Eyalze... So. Scheiße. Nee, wo? Wo? Verdammt... Nee. Das ist scheiße, Jungs. Das ist große Kacke. Stehen die da oben? Irgendwo hier oben. Die schießen doch hier irgendwo runter, ne? Haben die sich hier abgestellt? Nein! Warte, warte, warte. Trottel. Haben die sich jetzt ernsthaft A geholt? Da rollen wir jetzt mal ein bisschen vor. Shit! Da war einer mit der RPG! Der Witz-Kalifal! Der Witz! Das war der Witz! Scheiße! Nee! Ich treffe ich da ernsthaft, da ist ein Auto. Gut. Erklärt sich auch von alleine. Mal sehen, wie weit die fliegt. Oh, die explodiert schon in der Luft. Dann verhauen wir einfach gleich alle. Trifft aber keine. Mist! Da wollte ich noch ein paar Punkte erziehen und den Typen volle keine eine reinpfeffern. Aber hat nichts geholfen. Da hat er mich noch gnadenlos ab... Nein! Nein! Du setzt mich jetzt nicht ernsthaft hinter feindlichen Linien ab. Ist hier überhaupt jemand? Nö! Ist das jetzt eine Kaffeefahrt oder was? Ich marschiere erst mal so dumm wie ich bin um den ganzen Tempel rum hier. Dass sie dann letztendlich merken, dass wir B haben. Und dann fragen sie sich, wie wir das hingekriegt haben. Und dann sagen wir, weil wir die Oberbabos sind. Äh, jetzt werden sie natürlich alle zu B. Scheiße. Haha! Leute, habt euch ein Eigentor geschossen. Inmitten von den feindlichen Linien so ein Teil hier zu errichten. Und euch hier volle Kanne zu verbarrikadieren. Mach ich das jetzt einfach mal. Wenn sie jetzt von da drüben kommen. Von D. Werden manche ja sicherlich hier durchkirren. Oder auch nicht. Jetzt geht es nämlich hier los. Oder halt auch nicht. Oh, shit, shit, shit. Ich habe doch jetzt eigentlich mit meiner Granate Punkte erzielt, oder? Dachte ich zumindest. Der Camper hat sich jetzt hier hingestellt und meint, er ist der Oberbabo und stellt sich hier einfach mal mit dem kranken Teil rein. Nee, wo? Links von mir bestimmt. Ja, schön. Oder gleich hinter mir. Ist auch super. Aber komm, das ist doch jetzt nicht der Ernst, dass wir jetzt ja alles wirklich... Oh mein Gott, sie haben sich A geholt. Sind sie denn von allen Sinnen? Haben sie sich denn... Oh, scheiße! Gut. Das war eine wirklich beschissene Niederlage. Also schlechter kann man schon spielen, aber das war schon sehr schlecht gewesen. Ich verabschiede mich mit einem großen Dislike an diese Runde. Bis zum nächsten Mal, Alex. Haut rein.